3, 2, 1 Und selbst wenn das passiert, auf jeden Fall versuchen noch zu zergen, weil wir haben jetzt trotzdem noch fast 10% weggemacht, wo der Shit in der Mitte gespawnt ist, also wir können noch relativ viel Boss-HP wegzergen. Dann einfach die Ruhe bewahren. Dann. Dann. Die Reli-Cro, wenn er passt. Ich hab da ein bisschen aufgelassen Flecks, ins Mal gleich Busy, Green Ich grab Yellow Cool. Okay, big guy. Frag ich jetzt ob gefailed ist. Die anderen Climb muss noch einer weg machen. Nächster Hexe spawn gleich. Finish the big guy. CC red and grab moon. Jetzt grab moon. Ich nehm den, ich nehm den, ich nehm den. Ich hab den. So, you can grab red. Raus, raus, raus. Okay, Bloodlust, Bloodlust and go. Nuket den big one. Nuket den Hexer and den big one. Move, move, boss to the middle. Quick, quick, quick. Everyone's stuck in the middle. Ich steh drin. Passt auf denjenigen da draußen auf. Ich bin tot. Raus, raus, schnell einer. Raus, hinten. Spawned, boss. Und go into the middle. Everyone's stuck in the middle. Ein Heiler muss nach dem Trollface gucken. Trollface ist gestalt. Trollface ist gestalt, Kurt. Ich kann hier. Ich geh nach raus. Ich geh nach raus, ich geh nach. Okay, ist despawned. Passt, ist despawned. Passt auf die Tanks nur auf. Und auf denjenigen, der im Pool ist. Nicht dispawn. Okay, passt. Nächsten, die geführt werden, einfach Opfern. Da im Pool rein, einer. Einfach die Tanks gegenhangen. Die Opfern, diejenigen, nicht dispawn. Ehm. Geh raus. Tanks sind pure target. Lieber die Leute fragen, was da ist die Tank? Ich hab mich wieder reingehuckt. Okay, ich hab abgelegt, passt. Taunt. Taunt. Wir hätten jetzt los werden. Ich geh rein. Und dispel. Okay. No, no, no. Move the boss, move the boss. Kommt mit dem Boss besser wird. Ich geh so, wenn's nicht klappt. And stack on the boss. Everyone stack on the boss. Chill, chill, chill. Jetzt kannst du dispel. Du kannst dispel. Ja, nicht dispel. Wir sind full health. Ich hab auch mal dispel. Wir müssen mich jetzt noch nicht sterben. Das geht doch nix, wegen. Halt einen können wir dann locker dispel. Weg zu mir. Ich kann alle raus, weil Stunt. Oh, klasse. Chill, chill, guys. Just keep tank alive. Zack, klar. What is up? Juck den fucker jetzt. Nice. Geh raus. Ich tank den. Ich tank den. Geh raus, geh raus. Zack, geh raus. Kill den Boss bitte. Zack. Fight, fight, fight. Alter, ist jetzt nicht euer Ernst. Geh raus. Das ist das Ding jetzt. Oh, das ist das Ding jetzt. Oh, das ist das. Geil. Das ist das Ding jetzt. Alter. Meine Augen haben in drin so gepackt, ich hab geheult, also. Oh. 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 Nice Schultern. Pack, Alter. Du hast so'n scheiß Trier gelockt, Alter. Ja. Oh, komm, Mann. Oh, kein item. Jawohl wieder nicht. Der Junge, der Boss hat gedacht, er kann mich schürten, aber ich hab doch wieder reingehoogt, Alter. Keiner. Fortschreiter. 95, Alter. Armin Akil im nächsten. Machen wir Pause erstmal.